So, hier die letzte Wahlprogramm-Abstimmung zu den Wahlprogrammen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg von die Basis und wir 2020. Denn die Lesung der gesamten Programme hat ergeben, dass es sich um einen ganz kleinen Wurf handelt bei diesem Wahlprogramm. Und wir wollen heute eigentlich nur abstimmen, sollte man bei diesem ganz kleinen Wurf, der so kleinteilig ist, dass es eine Summe an guten Wünschen und Appellen ist, aber nicht der große Wurf. Also es wird das Grundproblem nicht gelöst. So, fangen wir mal an. Ach so, hier unten rechts an dem rundlichen Ding wieder die Geschwindigkeit schneller drehen. Ein 1,5 mindestens. Ja, eigentlich fußt dieser kleine Wurf dieses Wahlprogramms, bei dem ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das irgendein Wähler wirklich zu Ende liest. Und auch irgendwas Gutes daran findet, außer guten Appellen und natürlich, dass manche Sachen, die einfach vielleicht für den einen oder anderen gut klingen, aber letztendlich extrem schwammig bleiben. So, erstens, der erste Punkt ist, dass völlige Fehlen der naturwissenschaftlichen zentralen Erkenntnis, alles in der Gesellschaft folgt den universellen Evolutionsgesetzen. Und das sind keine irgendwie esoterischen oder anthroposophischen Fantasien, sondern das ist seit 160 Jahren bewiesene Tatsache, dass die Dinge auch in den Gesellschaften mutieren. Und dann greift eine Selektion an, also die Dinge variieren. Und dann greift die Selektion an und manches stirbt aus und einiges bleibt übrig. Und das wirkt auch in jeder Gesellschaft und muss die Grundlage jedes Reformprogramms sein. Also quasi, man könnte sagen, dieser kleine Wurf des Wahlprogramms fußt auf einer Sichtweise, die vielleicht 300, 400, 500 Jahre alt ist. Und diese alte Sichtweise, einfach so irgendwie, ja, gute Appelle und total kleinteilig und so weiter, statt großer Wurf. Der große Wurf bedeutet, wir müssen feststellen, was passiert denn in der Evolution in Gesellschaften. Wir haben es in Gesellschaften mit einem kooperativen Anteil zu tun, ja, wir haben also einen kooperativen Anteil, ich gehe zum Supermarkt und so fragwürdig all das ist, was mir dort angeboten wird, es sorgt immerhin dafür, dass ich nicht verhungere. Das ist der kooperative Anteil, ja. Das heißt also, denn wenn ich den Markt nicht hätte, den Supermarkt oder was auch immer, oder den Restaurantleiter, den Marktleiter, den Kioskleiter, wenn ich die nicht hätte, würde ich wahrscheinlich innerhalb von einem Monat verhungert sein, weil wir ja alle sozusagen von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung uns total abhängig gemacht haben. Ja, und, aber was völlig übersehen wird, neben diesem kooperativen Anteil, ist der parasitäre Anteil. Und dafür hat man einen blinden Fleck, wenn man nicht die Evolutionsgesetze berücksichtigt, und zwar die naturwissenschaftlichen Evolutionsgesetze nach Darwin und Wallace nicht berücksichtigt. Ja, das ist so ähnlich wie bei den Flacherdlern, da hat man, stellt man fest, dass die also Sir Isaac Newton nicht berücksichtigen, nämlich die Gravitationsgesetze, das universelle Gravitationsgesetz sozusagen. Und das Dilemma ist jetzt, wenn man Politik macht und quasi noch vor, also Politik macht, wie man sie vor 300 Jahren gedacht hat oder vor 500 Jahren, nämlich vor dem Verständnis, dass alles in der Gesellschaft den universellen Evolutionsgesetzen folgt, dann muss alles schief gehen. Ja, also, wir, heute geht es also nur um eine Abstimmung, großer Wurf oder dieser unheimlich kleinteilige, winzige, kleine Wurf, der in den Parteiprogrammen zum Ausdruck bringt, äh, kommt, äh, kommt, zu dem Ausdruck kommt, ja. Großer Wurf, das bedeutet, was ist denn mit dem parasitären Anteil? Mit den parasitären Memen, mit den vorteilbringenden Irrtümern, mit den Killerviren des Geistes? Davor wird einfach die Augen verschlossen in diesem kleinen Wurf sozusagen und den sieht man einfach nicht. Das ist nämlich der Lebensmittelhändler, das mir auch Produkte anbietet, die sozusagen extrem billig hergestellt sind, die eine große Gewinnspanne für den Händler ermöglichen, die aber zum Beispiel total überzuckert sind, weil Zucker extrem, ein extrem billiges Streckmittel und Geschmacksmittel ist. Und dann kaufe ich da lauter Produkte, die lauter versteckten Zucker enthalten und so weiter. Und dadurch wird meine Gesundheit schwer geschädigt. Wir wissen ja heute, wenn wir nach USA schauen, ja, wir haben, wir, die Menschen sterben nicht mit 127, sondern sterben 40, 50 Jahre früher, weil sozusagen eben der Supermarkt nicht nur Kooperation hat, nämlich dass er immerhin verhindert, dass ich verhungere, weil ich dort einkaufen kann, irgendwas Essbares. Aber er hat diesen parasitären Anteil, dass es keine Rolle spielt, was die Produkte mit meiner Gesundheit, mit meiner Langlebigkeit, mit meiner Vitalität anstellen, sondern das ist völlig irrelevant und dieser parasitäre Anteil ist zwangsläufig. Ja, das ist so ähnlich wie, wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann habe ich den kooperativen Anteil. Irgendwie, ja, der Arzt sagt, ich bin ja irgendwie bemüht, Ihnen zu helfen. Aber der parasitäre Anteil, dafür hat man den blinden Fleck, also den sieht man wieder nicht, nämlich den Anteil, dass der Arzt dann am meisten verdient, wenn er mir zum Beispiel vorschnell und leichtfertig eine Knieoperation verkauft und quasi mein Knie austauscht und mein natürliches Knie rausnimmt und ich eventuell dann hinterher noch zehnmal weiter operiert werden muss, weil es irgendwie lauter Folgeprobleme gibt. Man sieht nicht, dass dieser parasitäre Anteil bedeutet, der schmarotzermäßige Anteil bedeutet, dass der Arzt eigentlich nur dann und das Krankenhaus nur dann gut dasteht, wenn es auch an mir verschmarotzt und mir viel mehr verkauft und andreht, sozusagen, als ich eigentlich bräuchte. Ja, und das wird in all dem, in diesem kleinen Wurf wird das übersehen. Und der große Wurf bedeutet das, eben diese blinden Flecken aufzuheben und den parasitären Anteil zu sehen. Ja, und das heißt also, wenn man den parasitären Anteil auch sieht und dafür keinen blinden Fleck hat, weil man eben eine gute naturwissenschaftliche Grundausbildung hat, dann sozusagen muss man ganz klar sehen, großer Wurf bedeutet, dass man Gutes tun ganz gezielt und kräftig belohnen muss und zwar ganz stark. Das heißt, man muss den Arzt dafür belohnen, dass quasi gemessen wird, was für Gesundheitsfolgen hat sein Operieren auf mich und wenn es tatsächlich negative gesundheitliche Folgen hat, dann muss das dem Arzt auch als letztendlich als Verlust von Geld und anderen positiven Anreizen spürbar werden. Also sozusagen, damit er eben die parasitären Anteile sozusagen aufgibt und mir gegenüber nur kooperativ handelt. Ja, das geht aber eben nicht mit schwammigen Konzepten, sondern es geht quasi mit knallharter gezielter Belohnung, mit ganz knallharter Leistungsmessung. Von Hausärzten muss es Leistungsranglisten geben, sodass jede Wähler, jede WählerInnen sozusagen sich aussuchen kann, wer ist der gesundheitsförderlichste und krankheitsverhindernste Helfer in meiner Region, in meinem Viertel und so weiter. Ja, und dann beim kleinen Wurf, da wird irgendwie gesagt, ja, wir brauchen irgendwie innere Sicherheit und so weiter, aber es fehlt der große Wurf, nämlich das Zwingen zum Gutes tun. Denn kooperativ ist es so, dass irgendwie die Polizei ja schon irgendwie, irgendwie kooperativ manchmal etwas tut, um mich vor Verbrechen zu schützen. Aber der parasitäre Anteil wird übersehen, nämlich dass die Polizei auch vieles dazu tut, Verbrecher zu ermutigen, mit ihren Straftaten weiterzumachen, eben weil es dann mehr Kundschaft für Polizei gibt und die Polizei dann die einzelnen Polizisten eine viel größere Karriere machen können, wenn die Kriminalität nicht abnimmt, sondern eher zunimmt in der Gesellschaft. Und dann bin ich wieder der Geschädigte. Also dieser parasitäre Anteil, der muss gesehen werden und das bedeutet, dass jeder Polizist im Rahmen eines Teams zuständig sein muss für ein bestimmtes Gebiet, für eine bestimmte Region. Und wenn die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und aber auch vielleicht die finanziellen Daten der WählerInnen in dieser Region eher schlechter werden, dann müssen die positiven Anreize drastisch reduziert werden für diese Gruppe. Und wenn in einer anderen Region es einem anderen Team gelungen ist, sozusagen die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Reichtumsdaten der Bürger zu vergrößern, zum Beispiel indem nicht mehr eingebrochen wird dort und so weiter und indem die Verbrecher alle sich einem legalen Lebensweg zugewandt haben, weil sie von der Polizei entsprechend beraten und gelenkt wurden und so weiter, dann kriegen diese Teams viele und kräftige und starke positive Anreize. Und dadurch verschwindet der parasitäre Anteil aus der Gesellschaft. Und jetzt sozusagen, ja, wir müssen also jeden Bereich der Gesellschaft zum Gutes tun zwingen, weil sonst der parasitäre Anteil überhand nimmt und also quasi sozusagen oft sogar größer ist als der kooperative Anteil sozusagen. Also wir sehen es doch jetzt auch gerade, ja, wir haben diesen kooperativen Aspekt, wir haben in Deutschland irgendwelche Virologen, wir haben irgendwelche Impffirmen, wir haben Maskenfirmen, wir haben Pharmafirmen, wir haben Medizinkonzerne, wir haben, ja, und irgendwo ist in all dem, was die tun, auch irgendwo ein kleiner kooperativer Anteil, dass die irgendwo manchmal vielleicht sogar was Kooperatives, Nützliches für uns Bürger tun. Aber wir mussten doch jetzt erleben, dass ein gewaltiger parasitärer Anteil dabei ist, nämlich dass sozusagen da vorteilbringende Irrtümer eine Rolle spielen, also parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, also diese vorteilbringenden Irrtümer lauten, und das hat in der Medizintradition, dass alle möglichen Krankheitsursachen wie giftige Nahrung, giftige Luft, giftiges Wasser, problematischer Lebensstil, unnatürlicher Lebensstil, Bewegungsmangel und so weiter, Immunschwächung dadurch und so weiter, dass das alles keine Rolle spielt, sondern dass es da solche winzigen Dinge gäbe, wie Viren und Bakterien und Pilze und so weiter, und die seien allmächtig und die seien die zentrale Krankheitsursache und dafür brauchen die Menschen sozusagen eine Impfung nach der anderen, die sie kaufen sollten zum Beispiel. Und das bedeutet also sozusagen, dieser parasitäre Anteil ist es doch, was die ganzen Leute aufgeregt hat und was sie eigentlich anders haben wollen. Jetzt kommen Parteiprogramme, die sich beide nicht viel geben, die beide winzige kleine Würfe sind und der große Wurf kommt nicht. Der große Wurf kommt nicht, weil man irgendwie sozusagen, weil irgendwelche einzelnen Personen innerhalb der Parteien gesagt, sich quasi gesagt haben, ja, nee, es gibt nichts anderes als das, was man an Wissen vor 300, 400, 500 Jahren hatte und das wenden wir an und jetzt machen wir so einen kleinen Wurf und machen so ein paar gute Absichten und so weiter. Und komischerweise, das heißt also, dass der Basis der jeweiligen Parteien überhaupt die Angebote der anderen externen Reformer und externen Experten überhaupt nicht zur Abstimmung vorgestellt wurden, sondern dass irgendjemand, das im stillen Kämmerlein beschlossen hat, dass dieser kleine Wurf wohl das Einzige ist, was geht. Weil er in seinem Denken diese Person eben 300 Jahre hinter der Wissenschaft zurück ist und die Zentralerkenntnis, dass alles in der Gesellschaft den universellen Evolutionsgesetzen folgt, völlig missachtet sozusagen. Das heißt, die Parteien treten jetzt mit einem Wahlprogramm an, das im Prinzip schon 300 Jahre veraltet ist. und das ist tragisch. Und jetzt sozusagen, ich beschreibe jetzt mal, bevor Sie darüber abstimmen, wir machen heute nur eine einzige Abstimmung, nämlich wollen Sie den großen Wurf oder wollen Sie den kleinen Wurf? Wenn ein Bildungssystem und Universitäten, man alle möglichen guten Appelle irgendwie so ein bisschen die Wirtschaft aus den Universitäten ja irgendwie doch ein bisschen rausdrängen und so weiter, alles kleiner Wurf. Nein, es muss absolut sein. Es muss so sein, dass aus den Universitäten, dass dort Wirtschaft nichts zu suchen hat. Wie macht man das? Damit es eben da dann sozusagen nicht plötzlich wieder einen parasitären Anteil gibt? in dem jeder Forscher und jeder Wissenschaftler, der etwas Neues erforscht, jeder Forscher muss etwas Neues erforschen, er kann das dann anwenden in der Region rund um seine Universität, man kann da verschiedene Regionen einteilen, dann wendet er das an, was er erforscht hat und dann guckt man, ob das die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langleblichkeitsdaten und die Reichtumsdaten der Bürger, bei denen es angewandt wurde, sozusagen wirklich zu echten Verbesserungen geführt hat. Und dann kriegt, wenn ja, dann kriegt er starke positive Anreize, starke Belohnungen und wenn nicht, kriegt er überhaupt keine Belohnungen und verliert vielleicht sogar seinen Job, weil er sich sicher erwiesen hat als nutzlos für die Gesellschaft. Bei so einem System wird ein Wissenschaftler in Zukunft nie mehr mit einem Konzern oder mit einer Firma sprechen, weil er dann da ja nur Zeit verliert, etwas Gutes für die WählerInnen seiner Region zu tun. Ja, und dann, das ist reine Zeitvergeudung für ihn mit irgendwelchen Konzernen zu reden. Ja, das heißt also, in dem Sinne sind dann die Unternehmen völlig raus aus Universitäten. Ja, und damit gibt es dann keine Korruption mehr, keine gekauften Studien, keine gekauften Daten und so weiter. Das ist großer Wurf. Das heißt, wir zwingen die Wissenschaftler zum Gutes tun. Sanft, aber bestimmt. Und die Lehre, also die Hochschullehrer, also wir haben ja Forschung und Lehre, das war der Bereich Forschung. Also Forschung, die nicht Ihnen als Bürger hilft und die Ihnen nichts nutzt, ist nichtsnutzige Forschung und die werden wir nicht mehr finanzieren. Die wird nicht mehr finanziert. Ein Nichtsnutz wollen Sie doch auch nicht bezahlen. Und jetzt bei den Lehrern genauso. Der kooperative Anteil ist, dass immerhin manche Kinder durch ihren Schulaufenthalt immerhin irgendwie, wenn auch Fehler, mit ganz vielen Fehlern so ein bisschen lesen und schreiben können und manche sogar ein bisschen rechnen können. Und das nach 13 Jahren Schule. Aber ansonsten haben die Kinder ein völlig unrealistisches Weltbild. Einer hat gestern auch im Gespräch mit mir so ganz nochmal deutlich gemacht, guck mal, da haben wir irgendwelche Attentäter, irgendwelche Terroristen hier, die dann vor Gericht stehen bei uns und so weiter. Und die sind doch durch mindestens neun Jahre Schule gegangen. Was haben die denn dort gelernt, dass sie ein so antinaturwissenschaftliches, unrealistisches Weltbild haben, dass sie dann irgendwie zu irgendwelchen Attentaten neigen? Das ist doch alles das Ergebnis eines katastrophalen Bildungsmangels. Wer eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung hat, ist durch nichts anfällig für irgendwelche Ideologien oder oder irgendwelche sozusagen Hetze, die einen aufhetzt zu irgendwelcher Gewalt und so weiter. Aber das wird in den Schulen gar nicht vermittelt, weil eben da zwar ein winziger kooperativer Anteil ist, aber eben auch ein riesiger parasitärer Anteil. Und der parasitäre Anteil lautet, je mehr es ihnen als Lehrer gelingt, die Kinder vom Lernen und von der naturwissenschaftlichen Weltaneignung fernzuhalten, desto mehr ist dann die Gesellschaft bereit, nach noch mehr Lehrerstunden zu rufen und die zu bezahlen und zu bewilligen. Dadurch kann ich dann als Lehrer Vorgesetzter von anderen Lehrern werden, so als Schulleiter und so weiter und kann Karriere machen, weil das Lehrertum immer größer wird, anstatt dass man mit immer weniger Lehrertum immer mehr positive Ergebnisse erzielt, ist der parasitäre Anteil der, dass quasi aufgrund von Vorteilbringenden Irrtümern, an die die Lehrer glauben sozusagen, sie das Lernen der Kinder immer mehr beschädigen, auf das dann immer mehr Lehrertum gebraucht wird und sie dann immer größere Karrieremöglichkeiten haben. Das ist der parasitäre Anteil und den sieht dieser kleine Wurf, der hat dann völlig einen blinden Fleck und sagt quasi, ach ja, also quasi, das gibt's gar nicht, es gibt gar nicht die Tendenz, dass der Arzt durch vorteilbringende Irrtümer, an die er glaubt, durch parasitäre Meme und Killerviren des Geistes, mit mir nicht nur kooperiert, sondern mich auch ausschlachtet, indem er mich als Geldquelle quasi, ohne dass es ihm bewusst ist, missbraucht und sozusagen mich operiert und dabei Schäden anrichtet oder mich zu einem chronischen Patienten macht, wo er dann immer wieder verdienen kann. Beispiel Diabetes zum Beispiel. Wir wissen heute ganz genau, was getan werden muss, damit ein junger Mensch, der Übergewicht hat und Diabetes hat, möglichst schnell wieder Diabetes frei wird und kerngesund und schlank und fit wird. Das wissen wir genau. Aber dieses Wissen gibt es eben nicht innerhalb der Medizinindustrie, weil das sich ja überhaupt nicht rechnen würde. Es rechnet sich doch vielmehr, eine lebenslange Diabetes-Betreuung zu machen und lebenslang immer was abrechnen zu können und verkaufen zu können und damit dann dafür zu sorgen, dass der Mensch dann vielleicht 80 wird, aber im Prinzip lebenslang Diabetes-Krank bleibt. Und das ist der parasitäre Anteil. Das heißt, da sind bestimmte vorteilbringende Irrtümer in den Köpfen der Ärzte, weswegen sie sozusagen naturwissenschaftliche Gesundungsmöglichkeiten gar nicht sehen sozusagen und dann auch gar nicht anwenden können, sondern einfach weiter ihren Dienst nach Vorschrift machen und der Dienst nach Vorschrift führt dazu, dass der junge Mensch 70 Jahre lang krank bleibt und die ganze Medizinindustrie gut daran verdient. dieser parasitäre Anteil, der ist also völlig übersehen und das wäre der große Wurf, jetzt sozusagen diese Ärzte zum Gutes tun zu zwingen. Ja, indem ihre positiven Anreize, ihre Verdienstzuschüsse, alle Formen der Karrieremöglichkeiten abhängig gemacht werden davon, dass die Ärzte mein Wohlfühlen, meine Gesundheit, meine Langlebigkeit und meinen Reichtum eher gefördert haben als beschädigt haben. Und das wäre der große Wurf und genau das geschieht nicht. Das heißt, dass wir eine Evolution in Richtung immer kleiner werden der kooperative Anteil und immer größerer parasitärer Anteil, also schmarotzer Anteil, dass wir die Evolution so umlenken durch die starken positiven Anreize, dass der parasitäre Anteil Richtung Null geht und verschwindet und der kooperative Anteil groß wird. Also wenn hier ich hier sozusagen vielleicht 100 Meter entfernt mich für ein Hausarzt- Ersatzpraxisteam entscheide oder für ein Hausarzt-Team, der Unterschied ist ja nur, dass das eine Hausärzte sind und das andere Hausarzt- Ersatzpraxen sind, also von Leuten, die die Funktion des Hausarztes gegenüber der Krankenkasse übernehmen, ohne selbst Arzt zu sein. Das können Heilpraktiker sein, das können Berater sein, das darf jeder sein. Und wenn dann sozusagen ganz klar geguckt wird, so eine Hausarzt- Ersatz- Team mit seiner Hausarzt- Ersatzpraxis Gesundheitskommune bietet eine ganz lebendige Palette von allem, was die Menschen verführt in ein gesünderes, glückliches Leben hinein sozusagen. Da wird quasi geguckt, ja, stellen wir uns vor, so ein Hausarzt- Ersatz- Team hat tausend Kunden und also Leute, die sich dieses Hausarzt- Ersatz- Team gewählt haben, jeder Bürger hat die Möglichkeit, zwei bis maximal drei Teams zu wählen, also eins für die rein ärztliche Seite vielleicht, eins für die beraterische Seite sozusagen, Lebensberatung oder gesundheitsberaterliche Seite, vielleicht maximal noch eine dritte Möglichkeit, ja, und dann wird geguckt, ja, aha, dann hat dieses Praxisteam hat tausend Kunden, das andere hat auch vielleicht 900 Kunden oder das andere hat 2000 Kunden, weil die Leute so begeistert sind von dem Angebot und so weiter und dann wird geguckt, wie verändern sich denn bitteschön die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, also die Operationsnotwendigkeiten und Kosten, Operationskosten, wie weit werden teure Operationen eingespart verglichen mit dem, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre und so weiter und dadurch kommt das zu einer Evolution in Richtung, dass dieses Hausarztteam immer kooperativer wird, nämlich überhaupt nicht mehr mich in einen chronisch Kranken verwandelt, weil sie dafür gar kein Geld mehr kriegen, sondern sofort an die Ursachen rangeht und mir hilft, chronisch gesund zu werden und zu bleiben. Und das heißt, dass wir dann irgendwann 100% kooperativen Anteil haben und 0% parasitären Anteil, während wir im Moment vielleicht 60% parasitären Anteil haben und 40% kooperativen Anteil. Und mit großer Wurf meine ich, diesen parasitären Anteil aussterben zu lassen mit der Formel von nextscientists for future.de vom Weltrat Vorteilbringende Irrtümer, also parasitäre Meme, Killer Viren des Geistes, Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize und das ist der große Wurf. Also sozusagen jetzt die Frage an Sie. Heute nur eine Frage, also nur eine Frage, ja oder nein. Wollen Sie als Parteimitglieder mit diesem kleinen Wurf weiterfahren, den ich für geeignet halte, maximal 4,8% bei den Wahlen zu erreichen, also das heißt, letztendlich totales Scheitern zu erreichen oder oder wollen Sie den großen Wurf, wo Sie dem Wähler sagen können, endlich, endlich wird der Arzt belohnt, wenn er mir hilft, lebenslang kerngesund zu bleiben, wenn er Krankheiten verhindert, wenn er mich effizient davor schützt, jemals Krebs zu bekommen oder Herzinfarkt, wenn er ja dafür wird der Arzt zukünftig belohnt und nicht dafür, dass er mir möglichst viel verkauft. Das ist der große Wurf. Die Polizei, jeder Polizist wird dafür belohnt, wenn er mich vor Verbrechern schützt und die Verbrecher auf einen Weg lenkt, einen legalen Lebensweg lenkt, sodass ich weder von Einbrüchen noch von anderen Straftaten geschädigt werde und dafür wird der Polizist in Zukunft gezielt belohnt, sodass er also sozusagen, dass wir endlich aufhören und das gilt für Gerichte, für Staatsanwaltschaften, für Anwaltschaften und für Polizisten gleichermaßen, nämlich dass nicht mehr Täterschutz vor Opferschutz geht, sondern Opferschutz vor Täterschutz geht. Das ist der große Wurf, die Umkehrung des bisherigen Systems. Opferschutz geht vor Täterschutz, nicht wie bisher, Täterschutz geht vor Opferschutz. Das ist der große Wurf. Wollen Sie, liebe Parteimitglieder und wollen die Wähler lieber den großen Wurf oder den kleinen Wurf? Wollen Sie, dass die Lebensmittelindustrie und die Landwirtschaft sozusagen sanft, aber bestimmt gezwungen wird, nur noch völlig giftstofffreie Nahrung Ihnen zu liefern mit höchsten Gesundheitsförderungswerten, dann brauchen Sie den großen Wurf. Dann müssen die Verdienst Zuschüsse und die anderen positiven Anreize für jeden Marktleiter, Restaurantleiter und Kioskleiter abhängig gemacht werden davon, wie sich bei Ihnen als Kunden, die da ab und zu Einkaufen gehen oder Essen gehen oder wie auch immer, wie sich bei Ihnen als Kunden Ihre Wohlfühlstimmen, Ihre Gesundheitsdaten, Ihre Langlebigkeitsdaten und Ihre Reichtumsdaten entwickeln. Und wenn sich bei Ihnen alles positiv entwickelt, gibt es für die Marktleiter, bei denen Sie einkaufen, starke positive Anreize und dadurch sind die gezwungen, Ihren Zulieferern ganz klar zu sagen, ab jetzt gilt nur noch gesundheitsförderlichere Nahrung, anderes nehme ich euch nicht mehr ab. Und das ist der große Wurf. Und Leistungsmessung, es kann ja sein, was bei diesen Leuten mit dem kleinen Wurf, das da so ist, ach, wir können doch nicht die Leistung von Supermarktleitern, von Ärzten, von Polizisten, von Lehrern, Hochschullehrern, Wissenschaftlern, Forschern, wir können doch nicht überall so grausam sein, Leistung zu messen und dann zu gucken, hat er meinen Wohlfühlen gesteigert oder hat er meinem Wohlfühlen Schaden zugefügt, das ist doch zu grausam, man muss doch die Leute einfach machen lassen, was sie Lust haben und einfach so ein bisschen rumspielen lassen, das reicht doch und so weiter. Ja, dann muss ich Ihnen aber sagen, dann wird der parasitäre Anteil ins Unendliche sich steigern, denn wenn ich keine ganz klaren Rahmenbedingungen setze und also nicht jeden in der Gesellschaft zum Gutes Tun zwinge, dann wird das Schlechtest Tun immer mehr Überhand gewinnen und wir werden, wir hatten die Schweinegrippe, wir haben jetzt Corona, wir werden dann die Elefantengrippe bekommen und dann die Giraffengrippe und so weiter, weil nur so Geld verdient werden kann in dem jetzigen Krankensystem. Also Sie müssen sich fragen, entweder wollen Sie geschädigt werden weiterhin, dann können Sie auf die Leistungsmessung verzichten und auf das Zwingen zum Gutes tun. Oder Sie sagen, okay, das gefällt mir zwar nicht, dass da so eine ganz klare Leistungsranglisten entstehen, dass ich also dann gucken kann, welcher Marktleiter, welcher Restaurantleiter, welcher Kioskleiter erzielt bei seinen Kunden die besten Verbesserungen der Wohlfühlstimmen, der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten und der Reichtumsdaten und so eine konsequente Leistungsmessung sozusagen, wo quasi ganz unmittelbar quasi entweder gibt es was auf die Finger für schlechte Leistung oder es gibt Belohnungen positiver Anreize für gute Leistung. Das ist der große Wurf. Klingt vielleicht ein bisschen hart und ein bisschen grausam, aber ist es nicht. Die Ärzte werden sich sehr schnell daran gewöhnen, ihnen zu helfen, dass sie nie Krebs bekommen können und dass sie nie Diabetes bekommen können. Und wenn sie Diabetes haben, dass sie kostenlos lernen bei den nextscientistsforfuture.de wie sie dafür sorgen können, dass sie ihr Diabetes innerhalb weniger Monate verlieren. Beispiel, ich habe gerade heute eine schwierige Nacht hinter mir, weil mir wurde geschenkt, mir wurde eine große Menge leckeres Brot geschenkt und das habe ich gegessen. Man spricht ja auch von Brotgicht. Da hatte ich plötzlich rasende Schmerzen in der linken Hand in den Gelenken, Arthrostisch, also quasi zum ersten Mal im Leben ganz merkwürdige Phänomene. Ich kann mir das nur so als Brotgicht oder Brotarthrose erklären, weil ich sonst nie Brot esse, weil Brot für mich als viel zu ungesund gilt. Es war ja gut gemeint, die Geschenke, hat auch lecker geschmeckt. Aber offensichtlich habe ich einen Brotgicht Anfall bekommen, der jetzt erst langsam ausheilt. Also ganz merkwürdig. Aber welcher Arzt, jetzt als praktisches Beispiel, welcher Arzt erzählt Ihnen, wenn Sie in die Praxis kommen, essen Sie etwa noch Brot? Ja, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie Arthrose kriegen oder Gicht kriegen oder alles Mögliche, denn natürlich kriegen Sie Gicht noch schneller mit Fleisch, ja, Fleisch und Wurst und solchen Sachen, aber man hat wohl, früher gab es wohl diesen Begriff, Brotgicht, ne? Ja, also von daher merken Sie den Unterschied zwischen großer Wurf und kleiner Wurf. Der kleine Wurf, da wird der Arzt mit Ihnen gar nicht drüber sprechen, was alles so gefährlich ist, was es so im Supermarkt alles gibt und alles Ihre Gesundheit bedroht, in dem Falle Brot, ja, und beim großen Wurf wird er sagen, gehen wir doch mal zusammen einkaufen mit der Gruppe sozusagen und sprechen wir doch mal mit der Ernährungsberaterin in ihren Supermärkten, wo sie hingehen und mit den Marktleitern und gucken wir mal, ob die ein gutes Angebot haben, dafür zu sorgen, dass sie nie krank werden. Das ist der große Wurf, eine völlige Umkehr, also man kann sagen, das ganze System wird vom Kopf auf die Füße gestellt. Seit 400.000 Jahren ist der parasitäre Anteil immer größer geworden und der kooperative Anteil immer kleiner geworden. Und jetzt drehen wir das alles um und sorgen dafür, dass innerhalb kürzester Zeit der parasitären Anteil möglichst null wird und jeder Mensch ihnen gegenüber nur noch kooperativ handelt. Also nur noch ihr Wohlfühlen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und ihren Reichtum als Ziel hat. Natürlich nicht gerade ihr Arbeitgeber, weil der will ihnen natürlich so gering wie möglich Gehalt bezahlt bezahlen, also das mit dem Reichtums Daten, die muss man gucken, wo man die einsetzen kann und wo besser nicht. Aber sie wollen doch auch, dass ihr Arbeitgeber alles tut, dass sie als Mitarbeiter in der Firma sich so wohl wie möglich fühlen, so gesund wie möglich leben in der Firma und in der Kantine und so lange wie möglich leben und ja, das und dafür wird in Zukunft auch ihr Arbeitgeber belohnt werden, denn seine Verdienstzuschüsse werden abhängig gemacht, von dem, ob die Produkte bei den Kunden Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit verbessern, bei den Arbeitnehmern, den Gesundheit und Langlebigkeit verbessern und zwar bewiesenermaßen und bei dem Umfeld der Firma und ja, wir haben ja dieses Modell, dass wir immer größere Kreise um die Firma herumziehen, dass also quasi damit dann auch jede Firma auch sagt, ich muss auch dafür sorgen, dass es am anderen Ende von Deutschland auch allen gut geht, denn das wird zwar abgestuft und so weiter, natürlich ist entscheidend, wie geht es den Anwohnern rund um meine Firma, sodass ich da keine Gifte mehr emittiere, sondern alles gesund läuft und gesundheitsförderlich ist, sozusagen, die Anwohner nicht vergiftet werden, die Mitarbeiter nicht vergiftet werden, die Kunden nicht vergiftet werden und so weiter, ja und dadurch sind dann die Unternehmen gezwungen zum Gutes tun, zur echten gemeinwohlorientierten Handlung gezwungen, also das ist echte Gemeinwohlökonomie oder gemeinwohlorientierte Wirtschaft und Gesellschaftsordnung, ja und das ist der große Wurf, ja und alles, was ich gelesen habe, auch so das Umgehen mit der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber in dem Programm, das ist alles der kleine Wurf, das ist alles so, ja, winzige Sachen, gute Absichten, ja und ob das jemand, ob das irgendein Wähler lesen wird oder ob er nicht gelangweilt nach kurzer Zeit schon sagen wird, ja was ist das, das ist ja, das ist ja nichts Großes, was da jetzt kommt, ja, ja, dass also großer Wurf bedeutet, dass die Impfkonzerne, wenn sie mit Impfungen jetzt eventuell Schäden anrichten, dass sie für diese Schäden riesige Mengen an Geld verlieren, ja, denn dadurch gehen ja bei vielen Menschen dann die Wohlfühlstimmen werden schlechter, die Gesundheitsdaten werden schlechter, die Langlebigkeitsdaten werden schlechter, stellen sich vor, jemand stirbt an einer Impfung und dann bedeutet das, dass diese Impffirma praktisch keinen Profit mehr macht, sondern eigentlich Pleite geht, ja, weil wir bei jedem Unternehmen messen, hat es, richtet es Schäden an oder richtet es nur gutes Anteil, wie groß ist der parasitäre Anteil und wie groß ist der kooperative Anteil, ja, und dann sozusagen wissen die Impfkonzerne genau, ja, wir sollten das mit der Impfung vielleicht nochmal aufschieben, weil wir sind gar nicht sicher genug, dass da nicht mehr Schäden passieren, als vertretbar wäre und wir dann einfach viel Geld verlieren, indem wir dann riesige Schadensersatzsummen zahlen müssen für die Schädigung, ja, und das ist der Weg, ja, das ist der große Wurf, ja, ja, dann stimmen Sie mal ab, wollen Sie den großen Wurf, dass endlich jeder in der Gesellschaft um Sie herum nur noch belohnt wird, wenn er Ihnen messbar Gutes getan hat und dass es nicht mehr möglich ist, Sie zu betrügen, zu belügen, Sie abzuzocken, Verbrechen Ihnen gegenüber zu machen und so weiter, all das bringt ja keinen Gewinn mehr, ja, weil die bei den Verbrechern zum Beispiel, weil die Polizei so effizient arbeitet und so die Kriminellen sozusagen so gut überwacht, dass also da einfach nichts mehr, keine Straftaten mehr begangen werden können, weil eben die Polizei eben nicht mehr sagt, so nach dem Motto wie bisher, ja, viele Verbrecher, viel Kundschaft, ja, man sagt ja auch, das ist ein Kunde, ja, das ist, das ist, das verrät die Wahrheit, ja, für den Polizisten ist der Verbrecher der Kunde und jeder will natürlich so viel Kunden wie möglich haben, weil nur dann kann dieser Polizist vielleicht innerhalb kürzester Zeit Vorgesetzter von neuen bewilligten Polizisten werden, also je mehr Kundschaft, desto mehr Karrieremöglichkeiten für den Polizisten und mit dem großen Wurf wird es genau umgedreht, wenn er es schafft, dass in seiner Region, in seinem Bezirk sozusagen niemand mehr Verbrechen begeht, dann kriegt er die meiste Belohnung und das ist der große Wurf. Also deswegen heute die Frage an Sie, ja oder nein, wollen Sie den großen Wurf, ja oder nein, das ist heute die einzige Abstimmung und Sie können sich überlegen, ob Sie nicht versuchen, innerhalb Ihrer Partei darauf hinzuwirken, dass man endlich anfängt, sich mit dem großen Wurf zu beschäftigen, statt seitenlang einen kleinen Wurf zu verfolgen, der letztendlich 300 Jahre aus naturwissenschaftlicher Sicht schon 300 Jahre überholt ist, quasi Geschichte darstellt und quasi zu keiner großen positiven Entwicklung in der Gesellschaft führen kann. Ja, das war's dann jetzt für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Das war der letzte Durchgang mit der Wahlprogramm- Abstimmung. Tschüssi, bis bald. und und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020